alte feuerwache michlewski straße im april besuchte hallina den jugendclub in der alten feuerwache kulturhaus friedrichshain die einrichtung in der trägerschaft des bezirksamtes von friedrichshain kreuzberg stellt mit ihrer offenen jugendarbeit einen wichtigen anlaufpunkt für jugendliche im stadtteil dar eine großartige einrichtung die noch mehr könnte müsste man nicht jedes jahr aufs neue diskutieren ob eine übertragung in freie trägerschaft den bezirk nicht billiger käme das wäre zwar nicht günstiger aber die kosten würden woanders verbucht am ende blieben die jugendlichen auf der strecke falls es der freie träger finanziell doch nicht schafft eine stadt die sich mit solchen einrichtungen zu ihren jugendlichen einwohnern bekennt könnte von jungen menschen als soziale einrichtung erlebt werden so etwas kann eine liebesbeziehung werden in der die stadt nicht nur als verwaltung sondern als sozialer ort gedeutet wird und das wäre ein guter anfang